Hossstädtler keeps the wheels turning. Ich bin vom Start an dabei. Ich bringe Ihre Marken in den Handel. Ich sorge für Deinen Schutz. Ich mache Dein Bike noch schöner. Ich sorge mit meinem starken Vertriebsnetz dafür, dass Ihre Produkte an den Kunden kommen. Ich sehe gut aus an Dir. Ich bringe Dich elektrisch ans Ziel. Die Hossstädtler Group. Seit über 110 Jahren sorgt sie für den Import und den Vertrieb von Motorrädern, Reifen, Zubehör, Autoteilen, Fahrrädern, E-Bikes und vielem mehr. Was zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der ersten Werkstatt in Wollhusen und 25 Jahre später mit der Eröffnung eines zweiten Geschäfts begann, wuchs kontinuierlich weiter. Von der Gründung der Hossstädtler AG als Grundlage für die heutige Firmenstruktur, des Generalimports für die Schweiz der Produkte von Yamaha, über die Gründungen der Hossstädtler Autotechnik AG, der Intercycle AG, der Entwicklung und Registrierung der Motorradbekleidungsmarke X und der Gründung der Hossstädtler Motoren AG. Es folgten der Aufbau des Europastützpunkts in Mülheim in Deutschland, der Import der ersten E-Bikes, die Entwicklung der eigenen Bikemarke Bikes, der Generalimport für die Schweiz von Nexen-Reifen, der Übernahme der Schweizer GoPro-Vertretung, der Kauf der deutschen Sports-NAT GmbH und die Übernahme des Online-Shops Bike Mail Order. In den letzten Jahren folgte der Start von YourWheels.ch, der digitalen Plattform für Reifen und Terminbuchungen von Servicedienstleistungen, der Kauf der Freidig Moto Active GmbH, die Eröffnung des größten Yamaha-Showrooms in der Schweiz, sowie die Übernahme der Parts World AG. Und Anfang 2021 eröffnete die Hossstädtler Motor AG ihren siebten Filialstandort in Zürich. Die Hossstädtler Group heute. Jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Motorräder, Automobile, E-Mobility und Consumer Electronics. Über 850 Mitarbeitende sorgen für reibungslose Abläufe, darunter 30 Lernende. 120 Kleintransporter sichern die Lieferungen zu den Partnern. Rund 320.000 Reifen für PKW und 120.000 für Motorräder werden jährlich verkauft. Die Hossstädtler Autotechnik AG liefert pro Jahr rund 1,6 Millionen Artikel aus. 79.000 Fahrradprodukte sind aktuell verfügbar. Der Hossstädtler Group gehören mehrere Unternehmen und Marken an, aufgeteilt in 5 Business Units. Motorcycles, Fashion and Parts, Car Parts and Tyres, Bicycles and Sports und Power Products. Ich bin die erfolgreichste Motorradmarke der Schweiz. Ich sorge für den richtigen Grip. Ich bringe dein Lebensgefühl auf die Straße. In der Business Unit Motorcycles bietet die Hossstädtler Group ein umfangreiches Produkt- und Serviceangebot rund ums Motorrad. Die Hossstädtler AG ist seit über 50 Jahren der Generalimporteur von Yamaha und vertreibt deren Produkte durch selbstständige Fachhändler und eigene Filialen. Die Hossstädtler Motor AG betreibt das Endkundengeschäft mit den Yamaha-Filialen in Sursee, Luzern, Fribourg, Sion, Bern, Eschenbach und Zürich-Süd. Ich habe die Top-Marken im Programm. Ich schütze dich. Ich lasse dich und dein Motorrad gut aussehen. Die Business Unit Fashion and Parts bietet alles, was das Herz der Motorradfans wünscht. Von Rennkombis, Touren- und Vintage-Bekleidung über Tuning-Teile und Reisegepäck bis zu Audio-Kits für Helme und Navigationsequipment. Auch Fahrradfahrern bietet X ein breites Sortiment von Schutzbekleidung bis hin zu trendigen Outfits. Die Hossstädtler AG ist die Vertriebspartnerin für den Fachhandel in der Schweiz und importiert im Bereich Pneuservice, Reifen der Marken Pirelli, Metzeler und IRC. Die Hossstädtler GmbH ist das Vertriebstor zu den internationalen Märkten. Der Schlüssel? Ein modernes Verteilzentrum in Süddeutschland. Die Freidig Motor Active GmbH beliefert den Schweizer Motorradfachhandel mit Bekleidung von Premium-Marken sowie mit Ersatzteilen und Accessoires von bekannten Zubehörherstellern. Die Parts World AG beliefert im Multikanalvertrieb sowohl Endkunden über ihren Online-Shop als auch den Schweizer Motorradfachhandel mit Premium-Motorradzubehör und Bekleidung. Ich habe immer den richtigen Reifen für Dich. Ich sorge dafür, dass Ersatzteile schnell und zuverlässig bei Ihnen sind. Ich bin immer in der Nähe, wenn Dein Auto repariert werden muss. In der Business Unit Car Parts & Tires bietet die Hossstädtler Autotechnik AG alles rund ums Auto. Ein riesiges Angebot an Autoteilen und Reifen für fast jeden Fahrzeugtypen steht ständig bereit und wird mehrmals täglich zuverlässig von unseren zwölf Autotechnik-Filialen an unsere Kunden ausgeliefert. Und wer einen fairen und kompetenten Partner für Service und Reparatur sucht, der liegt mit den Garagenkonzepten Autofit, E-Garage und Autopro genau richtig. Die Your Wheels AG ist die Online-Buchungsplattform für Service- und Reparaturdienstleistungen der Schweizer Zwei- und Vierradbranche mit Produkten der Hossstädtler Group. Mit mir hast Du Spaß am Radfahren. Ich vertreibe Ihre Fahrräder und Zubehör im Handel und online. Ich schütze Dich, auch bei Stürzen. Ob E-Biker, Mountainbiker, Actionsportler, Fahrradfachhändler, Sportartikel-Spezialist oder Experte für Consumer Electronics und Lifestyle-Produkte, die Unternehmen der Business Units Bicycles & Sports beraten und beliefern sie alle. Intercycle in der Schweiz, Fahrräder, Zubehör, Ersatzteile oder Actionsport-Gadgets. Und über die Grenze der Schweiz hinaus? Die SportsNAT GmbH ist die Fachhandels-Spezialistin für Fahrradhändler in Europa. Die HOCO Online GmbH bietet über Ihren Online-Shop Bike Mail Order den Endkunden mehrere hundert Marken. Ich gebe Dir die Power auf vier Rädern. Ich mähe Deinen Rasen. Ich räume den Schnee zur Seite. Rasenmäher und Gartengeräte bekannter Marken bietet die Business Unit Power Products. Für jede Jahreszeit, für nahezu jeden Einsatz. Die Horstädtler Motoren AG vertreibt zuverlässige Arbeitsgeräte für Profis und Hobbygärtner von Stiga und Ambrojo. Sowie das Elektromobil Biro. Die Unternehmen der fünf Business Units beziehen ihre Waren bei starken Partnern aus der ganzen Welt. Gemeinsam mit dem Liaison-Partner VOG in Taiwan sorgen wir für Entwicklung, Einkauf, Qualitätskontrolle und Innovation vor Ort. Eine zentral organisierte Logistik, hohe Verfügbarkeit und effiziente Prozesse garantieren jederzeit die lückenlose und schnelle Versorgung mit den Produkten. Die Horstädtler Group ist in der Schweiz mit einem dichten Netz präsent. Dem Hauptsitz in Sursee, zwölf Filialen der Horstädtler Autotechnik AG, dem Reifen- und Felgenlager in Buttisholz, den sieben Fachgeschäften der Horstädtler Moto AG, dem Horstädtler Veloland in Sursee und weiteren Standorten rund um den Vertrieb von Bekleidung und Zubehör im Motorradsegment. Das Logistik-Center im süddeutschen Müllheim der Horstädtler GmbH garantiert den internationalen Vertrieb von Motorradbekleidung und Zubehör. Den europaweiten Vertrieb von Fahrrädern und Zubehör an ihre Händler übernimmt die Sports-NAT GmbH in Tübingen. Vom neuen Logistikzentrum von Berlin aus ist Bike Mail Order im Online-Handel tätig. Individuelle Mobilität, auch mit zukunftsweisenden Technologien im Bereich E-Mobility. Die Intercycle AG hat mit dem Fahrrad Yamaha Pass schon 1993 als erste Firma E-Bikes in die Schweiz importiert und gehört heute zu deren führenden Importeuren. Das Angebot in diesem Segment beinhaltet auch andere elektrisch betriebene Fahrzeuge und es wird stetig ausgebaut. Im Servicebereich stellt die Horstädtler Group zukunftsorientierte Produkte bereit. H-Base ist die digitale Lösung der Horstädtler Autotechnik AG für Partnergaragen und Kunden, für die Ersatzteilebeschaffung sowie die Nutzung von Wartungs- und Technikdaten. Mit ihrem Markenportfolio ist die Horstädtler Group auf den großen Messen der Welt vertreten und dabei in engem Kontakt mit ihren Kunden und Partnern. Vom Rennsport bis zum Fahrtraining. Die Horstädtler Group unterstützt und organisiert verschiedenste Events für Motorsport und Fahrradbegeisterte. Auf und abseits der Pisten begleitet sie Athleten im Bereich Motorrad und Bike und arbeitet mit diesen zusammen. Genau dieser enge Kontakt zu Kunden, Partnern und Profisportlern und das daraus stetig weiter wachsende Know-how ist Grundlage und Antrieb für die ständige Entwicklung neuer Produkte unserer Marken X. Platzangst und der Fahrradmarke Bikes oder den ersten Winterreifen für Roller IRC Urban Snow. Internationale Topmarken, innovative Produkte, ein starkes Vertriebsnetz und die Nähe zu Sportlern, Kunden und Partnern bei Events. All das macht die Horstädtler Group zu der Spezialistin im Bereich Mobilität. Die Horstädtler Group. Nah an ihren Partnern und Kunden. Ich bringe dich ans Ziel. Ich feiere Erfolge mit Ihnen. Horstädtler Group. Keeps the wheels turning.